ja wenn du möchtest kannst du mit teil fahren gehen hier wächst ja um uns herum ein bisschen was wenn du so gar nichts mit dir anzufangen weiß oder wir kriegen erst mal eine litte gruppe ist auch okay du musst aufpassen ich glaube sie sind level 30 ich komme von die händen noch da wenn die tür zu ich versuche die abzufangen oh oder wir kämpfen jetzt wenn wir mal gesetzt werden äh metall packe ich oben rein wenn du die treppe hoch kommst hängt so ein schrank an der wand los wir sind hinter dem schrank wer es kann oh nicht nach der land weg mit deiner scheißbombe oh ach ah blumbe ach Gott ich mag den ganz schön Hä, warum Hallo Danke Danke also ich weiß nicht warum die er sind zurück manu alte bögen ich muss die goldenen aufmachen ein solches aus für die goldene kirchen ja cool haben wir noch was den goldenen kamen gute sachen bisher raus habe ich immer die blauen oder goldenen niveau golden habe ich vom boss gekriegt aber die blauen blaupläne kamen daraus somit ist auch erledigt wo ist mein hobby stromgewehr habe ich zwar jetzt noch nicht aber vielleicht später so dann pack ich ja mal aus dem minzen nicht habe ich keine ich hätte doch mal grüne atmosphäre wo sind die denn das nicht drüber reden wir stacken hier unten immer ein bisschen feste ich möchte meine türen so eine habe ich keine mehr dabei das kann da noch rein gleich stings kommen wir draußen okay so eigentlich welcher munition herstellen war hat der geklappt ach mal ich spiele dabei da muss reichen was ich habe ich habe kein paar bräder zu spielen so kuchen habe ich fast fünf stück fertig verkackten bauplan ach scheiß drauf ich habe das essen weg gepackt so wir nehmen an die habe ich gar nicht habe es ja hier drunter meinst du den pallen safter ja den habe ich schon den zwei eine aufgabe von diesem es war eine aufgabe hier von den waffen fließbandwerk und luxuriöse heiße quelle kann ich die schon freischalten das ist aber nur ein fließband wer kein waffen fließband ne schutzwand ich habe den dicken lingen reiten okay cool giga schild würde mich auf jeden fall nur interessieren wir gehen mal reisen wir reisen ich war zuletzt hier oben ich wollte zum beaken warte mal erst mal nerven die hier ein bisschen na ok so da mal kurz rein stöpfen so der müsste ja es fliegt also ja ist der hier unten hm hm So, wo bist du denn? Ja, das ist auch okay. So, das ist eine Kiste gestern, aber eine Brancherie, ein Azox, wo bist du immer die Pock? So, das ist ein Azox. 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 So, das ist ja wahrscheinlich auch ein Level aufgeteilt. So, das ist ein Azox. 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 Das ist ein Azox. So, das ist ein Azox. Hier kann man aber auch gut mithelfen. Keine Muni mehr. Da gibt es auch Munis 3. Da ist ja nur wurscht ob ich mit Pfeil und Bogen schieße oder mit der Pistole. Nein, ich wollte dich doch fangen. Also bei dem hat sie gerade nur 17 Damage gemacht. Schlecht ist die eigentlich nicht, also gegen die Typen war die ganz gut. Schnuder würde ich hier halten. Na ja, ich wollte ihn eigentlich fangen, aber... Na gut. Ach, was soll's um? Hier will wie Mist. Ja, ich würde ihn bestimmt noch irgendwann kriegen. Durch ein Ei oder sowas. Wird schon werden. Aber da drinnen kannst du auch gut Metall farmen. Oh, guck mal da. Ach stimmt, da hatte ich ja damals keine Dings mehr, ne? Keine Rüstung an. Deswegen konnte ich da damals nicht weiterfliegen. Hier, gehen wir mal rüber. Spaten nach einem Ingame-Tag wieder. Ja? Ach echt? Ich dachte, die wären dann komplett ripp, wenn ich die einmal getötet habe. Ja, das ist gut zu wissen. Ah ja, cool. Das stimmt mich sehr positiv. Okay, doki. Ich gebe ein Dick-XP. Ich mache eigentlich immer so... Am Anfang des Streams mache ich immer so Bosse. Allein schon wegen den Bauteilen. Oh ja, mein Rücken. Ah, mein Rücken. Hat jemand Spaß. Ausdauer. So. Knappe 100 Erze hast du wieder. Also gar nichts. Ich habe gestern, glaube ich, 700 Metall oder so gefarmt. Wie so eine Verrückte, um dieses Fließband zu bauen. Ähm. Der Generator ging eigentlich noch, aber dann habe ich alles reparieren müssen. Und ach, hör mal auf. Gestern war richtig... ...richtig übel, kein übel. So, jetzt bin ich ja schon wieder hier. Wann wir... Ne. Blaze hole noch. Den habe ich aber schon. Meine ich. Oh, warte mal. Ist ein Tagebuch. Oder habe ich Pyrin noch schon? Tag 0 aufgesammelt. Aha. Ich sage mal, keine Nummern von uns. Wir lassen uns bei Unmengen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Oh, da drüben sitzen die grünen Dinger noch. Die brauchen wir noch. Bei dem Lavasee war ich vorgestern, ne? Ja. Ähm. Eigentlich ist es doch so, wenn die höhere Level haben, haben die auch mehr Austausch, oder? Also mehr Flug-Austausch. Oder kann ich das verbessern, Automat? Äh, hier Dings. Über die Statue. Ne? Die Austausch Base. Sicher. Finde ich jetzt irgendwie nicht so. Ich finde das jetzt mehr aus Dauer mit Level 29, als mit Level 5. Vielleicht drehe ich mir das auch nur ein. Hier war doch gerade eben noch. Ich hätte doch eine Statue hier gesehen, oder? Bist blöd. Da. HP Anteck und Def geht mit dem Kran hoch und ab ist Tempo. Okay. Okay. Ist nicht da vorne? Ne, da waren wir noch nicht. Dachte, da war dieses Fischerdorf, aber das ist es gar nicht. So. Arme zu sein Lager. Okay. 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 Sehr schön. Hast du noch einer? Sturmgewehr, Sturmgewehr. Den habe ich aber noch nicht freigeschaltet, leider. Hallo, wieder da. Ein Fork. Ich will mal kurz gucken, ob hier oben. Ob es leuchtet. Ich sehe nur Sascha, der, glaube ich, irgendwas fängt. Ja. Weil wie weit ich dich sehen kann, ne? Ach, perfekt. Siehst du eigentlich auch die Schnellreisepunkte, die ich aufdecke? Weil wir ja in einer Gilde sind. Wer hat mich vermisst? Also eigentlich, Grox anscheinend. Da muss auch noch eine Kiste. Da muss ich auch noch eine Kiste. Ah, da ist es. Ich habe hier nämlich ein paar grüne Sachen gesehen gehabt von drüben. Ja, das war ja noch nicht. Ich habe hier eine Kiste. Untertitelung des ZDF, 2020